Du musst mir nochmal beschreiben, wo das genau ist, damit ich mich dann genau darauf einstellen kann. Am rechten Fuß. Am rechten Fuß? Ja. Okay, also dann... Am mitten Fuß. Sag mal die Stelle, zeig mal die Stelle, wo es ist. Die, ja? Okay, gut. Und der ist jetzt auch da, der Schmerz. Okay, gut. Dann geht's los. Im Namen Jesus des Heiligen Geistes, der Schmerz ist weg, du bist jetzt verhandelt. So. Wie fühlt sich das an? Also, wenn du jetzt in den Schmerz reingehst, ist er noch da, oder? Ist er noch da? Kein Problem. Manchmal brauchst du ein bisschen. Also, wir versuchen es ein paar Mal. Und dann... Wie ist es denn? Ist besser? Gut. Es geht aber auch ganz weg. Ja. Es muss ganz weg gehen. Weil Gott kann das. Weißt du? Der ist ja allmächtig. Und er will das auch. Der will nicht, dass du da so bleibst. Er hat kein Problem. Der kann das machen. Er braucht kein Geld dafür. Weißt du? Er hat Zeit. Der kann das. Der macht das. Also, wenn sie nochmal macht, geht ganz weg. Kannst du probieren. Okay. Ja? Okay. Du siehst auch, manchmal wird es warm und dann prickelt und dann geht es weg. Ich habe schon viele Videos gemacht heute, ja? Kann ich dir auch zeigen. Das hat geklappt. Bis jetzt. Okay. So. Ist er weg? Ja. Ja, super. Oh mein Gott. Ja, siehst du? Ich brauchst du keine Operation mehr. Das ist es. Darf ich jetzt einen Film machen von dir? Ein Interview? Okay. Aber sag mal, hat geklappt, ne? Ist komplett weg. Ja. Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank, dass du erlacht hast. Danke auch. Sehr schön. Tschüss. Warte, warte, warte. Nächstes Mal, wenn es weh tut, ne? Das ist nicht, dass sie mit ihrer Hand gemacht hat, sondern Gott hat gemacht. Weißt du? Ja, ja. Und dann machst du deine Hand und sagst du Gott mach weg. Der macht das. Okay. Nächstes Mal, okay? Und wenn du willst, kannst du uns anrufen. Danke sehr. Das ist dieses Handy, ja? Okay. Danke. Mach's gut. Tschüss. 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 Hallo, Anna. Er läuft jetzt auch richtig normal. Ja, da sieht man, wie er läuft. Jetzt läuft er ganz schnell. Ja, hat geklappt. So, Anne, bist du zufrieden? Ja, sehr. Krass. Er wollte nicht aufgenommen werden. Am Ende hat er so gestrahlt und wollte. Super. Gut gemacht, Anne. Okay, bis zum nächsten.